Das ist unsere Schule in Polen, in Gronkow. Das ist unsere Klasse, elf Mädchen und zehn Jungen. Wir sind die Schule der siebten Klasse. Wir sind 13 Jahre alt. Unsere Hobbys sind Sport und Musik. Wir lernen Englisch und Deutsch als Fremdsprache. Das ist unser Sporthall. Wir spielen hier Fußball, Handball, Volleyball und machen Gymnastik. Das ist unser Fitnessraum. Hier ist unsere Bibliothek. Wir lesen gern Bücher. In der Schule haben wir einen Ruheraum. Hier verbringen wir unsere Pausen. Das ist unsere Schulmensa. Wir essen hier zum Mittag. Vielen Dank. Herzliche Grüße aus Polen. Tschüss. 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 Vielen Dank.